ich hab'n knopf ich hab'n zweiten knopf der hat eine waffe der schießt hallo und ein herzliches willkommen zurück zu desolate mit dem mankart und uns von der bummelrunde der pseudonym wir haben das letzte mal hier komische böse monster getötet deswegen gehe ich jetzt hier nach oben weil ich hoffe da sind keine monster mehr im bunker 11 und jetzt müssen eine andere lokation machen kann ich hier zu machen machen mal zu 361 meter in die richtung ist übrigens zahle gorsk alles das nächste was wir befreien können zahle gors genau und dann laufen wir dann laufen wir zum loch genau dann wird der blinde getötet ja aber wenn der blind ist wie kann der uns schon erbauen ja da kriegt man okay ich rüste mal ich habe eine ausgerüstet so da war eine kugel da hinten diese die die darum fliegt nicht die feuerbeile die sie verschießen wo ist denn die die darum fliegt hinter dir an kat hinter dir bei mir ist bei uns die sind unterschiedlich die ist nur ich sehe hier nun vorher weil der darum fliegt ok wie so schnapp sie dir ja ja nur ich und du wir malen was ich auch tu hallo das funktioniert nicht ich habe alle drei verworfen und hat sie nicht gefangen muss ja auch auf die kugel drauf werfen ja habe ich gemacht aber das funktionierte nicht okay als spiel spiel keine ahnung um es in den worten zu sagt ist mir super geiles zeug er trinkt der anklart malen whisky und wodka weiße der wort gewisse kennt der bestellte nicht wenn er unterwegs ist wodka wüs wurde neuer wort wasser hallo kannst du bitte wieso nein ich wollte mich hin hocken macht doch mal das licht aus junge ja ist eine gute idee von dir so kurz ein bisschen licht bei mir machen hier macht doch mal das licht aus ja wir müssen zahle gorst erreichen wir sind in zahle groß das zentrum ein bisschen sanfter ist nicht immer ist das so gut ja man man sieht mich auf jeden fall auf die ju guck doch mal wird da ist gerade einmal vorbei gerannt zwei sogar während ich mir hier angucke wie hübsch das ist hier ist eine münze am tisch die schon bevor dass ich mit kriegst hier ist die münze am tisch hatten hauptmann abgelöscht ok da muss der da muss aber nämlich gleich wo die schlüsselkarte auf dem gebiet wie zaligorsk finden oh nein hier an gott an gott danke schön da an der theke an der dieke bleibt stehen dürfte ich sie mal an die beke tippen nein gerade nicht wo meine güte wo sollen wir denn hier wird es schön die komische keycard finden ja ich habe sie in bunker eindringen wir wollen nirgendwo eindringen doch schon hier war ein typ ich schwöre das hier ein bunker ach hier ist ein händler ich sehe aber nichts mehr hallo kaufst du gerade die blaue chemikalie ja beides gekauft jetzt sehe ich hier auch eine ziel anzeige wo ist in dieser bunker wo sollen wir sein hinterm haus wahrscheinlich ja das paradies liegt hinterm haus die tür geht zu das licht geht aus wir sind immer wir sind von der ganzen netten sorte wir prügeln einfach mit drei leuten auf einen von hinten auch immer von hinten drauf ok bunker gesichtet schlüssel karte so tür ist auf ich komme dann auch mal ne ja wo bist du denn ja ich war noch beim händler ah ok mein gott ist es hell hier wurde wo die lampe angeräte und die notstromversorgung abschalten hä ist ja draußen oder was wo seid ihr denn wir sind im bunker hinterm haus hast du was im bunker da unten drin ihr seid im bunker ja wir hocken in unserem bunker mitten in berlin an den granitschen hunter hat er komme ich stehe bei der bunkertreppe da war jetzt ist er weg hinter der bunke treppe da ist er nicht hier ist er hier war hier ist er wieder da ist er färf den pulsen zu boden so müssen wir die notstromversorgung da unten im keller abschalten bestimmt die schnodromversorgung die schnodromversorgung hier steht die geräte und die notstromversorgung abschalten ich habe einen knopf ich habe einen zweiten knopf den verbindungsoffizier töten der hat eine waffe der rennt direkt auf uns zu jetzt bleibt doch mal stehen mensch da er lieber verbindungsoffizier er läuft weg juhu 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 jo er hatte patronen dabei sehr schön so und jetzt müssen wir das orts banner aufstellen juhu wir kennen das alles wir haben das schon gemacht die pseudonymer ist wahrscheinlich erste nein ich weiß gar nicht wo lang aus dem bunker raus ich komme mir gerade nicht besonders schnell vor was habe ich denn hier ich bin ein elefant das wurde gerade voll geflasht da war ich nicht drauf vorbereitet ich habe aber was gesagt das ist schön hier mit den dingen ja was auch immer das ist so so tische steht tische so und jetzt musst du wieder mit dem unsichtbaren intendanten reden wo steht er denn er steht hier hinter diesen stein sollen da nein ich sehe ihn ich will jetzt mal mit ihm reden ha ha wenn du mir sagst oder ist toll dann nicht hier ja die augen und schafft gekriegt ich habe nicht drauf gab ja genau ist nur bei uns oder unterstand so glaube dann haben wir denn jetzt wieder hier befreiung ich muss ihnen helfen befreiung tschernowsk wo ist denn das wir müssen ja jetzt sowieso zurück b2 ja das ist doch super wir müssen wir müssen zur d2 was wir müssen zur oase ja auch zurück ohne die oase ist 78 da unten ja gut wo müssen wo ist jetzt eigentlich noch mal das loch das loch ist ist noch ich dafür muss ich natürlich auch loch auswählen 691 meter entfernt als bims level 40 jungen nächsten glückwunsch das ist doch sehr schön was kann ich jetzt neues was aber hier kannst du adalas track maximale stress belastung angst werfe mehr zutaten stress belastung akkumulator und baut okay das max max level was du bist maximal level hier steht bei mir 40 max level ok percs max level oh ja das ist ja wow ich würde sagen wir haben das spiel durchgespielt wir haben es durch also prozentual so sehr schön ok meine werkzeuge bezahlt unsere letzte zigaretten ey wir können uns jetzt auch ein nl overall herstellen ne wir brauchen dafür nur xz4 fasern was auch immer xz4 fasern hört sich an wie boah oma ne auto also wir könnten jetzt auch das bollwerk machen ne was zur hölle ist in der nähe von g2 der schlange den kopf abschlagen ja das ist aber das ist glaube ich aber ich würde sagen die haben fest immer mal am ende oder hey warum hast du eine klatsche und ein ein holzstock mit einer schraube was zur hölle ist das hier sind leichen und von den leichen gehen irgendwie kabel mit oder schläuche mit blut in spinnweben die an der wand was ja das ist die neue stromquelle geh mal da rein wo seid ihr denn schon wieder ich glaube das ist verpackt das ist stranger things ich höre telefon hier ist ja schön drin da soll ich doch so richtig heimelig das sieht nicht so aus als hätte hier ein tier gelebt mit dem mich anlegen wollen würde dann würde ich sagen wir gehen nach unten oder wo ist denn loch warte wo ist denn der biologe der biologe ist ganz das loch ist auf jeden Fall das loch ist im sektor e6 wir sind jetzt im sektor e 4 wir müssen 703 meter in diese richtung komm dann lass mal zum loch gehen machen wir das loch erst mal loch frei und dann gehts los und wo ist jenowsk jenowsk ist ganz links oben auf der karte ich hätte gerne fahrrad bauen was ich will ein fahrrad kannst du ein fahrrad bauen oder so ein bobby car oder so bobby car bei dem terrain hier ja warum nicht was ist das der links stehen noch leute nur mal so oder von mir ist auch ein kett gar moment was ich kann mir das hat mir gerade ja alle maler akkommale schwindel nicht alle mal lag mal spiel wird konnte ich noch nicht was ist das denn für eine höhle hier da ich bin da reingeraten da kommst du einen tunnel raus in einem tunnel steht ein auto eine große tür und tote menschen ohne haut liegen drin richtig da fühlt man sich richtig heimelig so ist es auch immer bei uns hier so einen tunnel hallo ok ok wieso bin ich verborgen ach so ein spiel was ich denke gerade am spiel am spiel ach nein das ist das räuber dame spiel das heißt am spiel da bist du am spiel ein damm spiel eine gurke kannst du dir mit am damm spiel jetzt mit dem damm spiel aha kann man das sonst nicht ein öl filter ist da sind mehrere öl filter so bin ich jetzt nicht mehr verboten ach so wäre vielleicht wegen der lamp so glück dass ich den ikaro sage ja wir einfach immer runter über stock und über steine gestellt kann darauf ich bin ganz so die netten war auch erledigt sie schon der iso ist noch hier der ankert nicht so ach so wir wollten ja zum loch oh nein ich habe ein gebrochenes bein glaube ich das gibt einen dort verarscht na ok steine die ecke geschmissen ist eingelaufen noch schnell wieder gelaufen das hast du aber klug gemacht so lag doch nicht daran ich bin bloß einfach überladen auseinanderbauen 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 schlafenden sapsi vorbeigelaufen das doch nur schnell genug bist dann geht das einfach durch rennen einfach durch rennen der schmerz wird nachlassen wo tut er wo rennt ihr denn ich renn jetzt wieder richtung los naja gut schön der hat gelacht beim sterben aber es ist nicht so schön so ach hier sind wir ich wäre fast runter gesprungen und wäre einem krummsch in die hände gefallen äh gesprungen ach man eh so wo seid ihr denn alle wer ist eigentlich der grüne ist das ähm ich an ankert gut siehst du oben links welche farben ah gut dass wir drüber gesprochen haben ne so jetzt kurz vor ende das spiel hab ich gelassenheit mal schön zu wissen aha und was bringt dir gelassenheit das stand nicht so hoch 10 prozent regeneration und 5 prozent für 15 minutes aha und ich stehe draußen vor dem loch und warte auf euch ja ich bin auch fast da beim loch ich auch aber ich werde immer hier angegriffen von irgendeinem viechern so weiter er hat ja einer gehubt du sag mal hast du eine neue uniform oder hast du ausgesehen deine uniform ausgezogen ich habe das feld look meine güte ey bei mir ist der proto das ist der m3 proto und weiß ich ähm ich höre geräusche ja hier läuft eine gedönsding ins kirchen rum hallo werde ich noch verfolgt von irgendwas ja hinter dir und weg geflogen ist sie so ähm ich bin ja nicht ganz auf der höhe wegen dem blöden kackvieh hier so jetzt müssen wir wieder runter ne einreiben verband drauf und tabletten wo war denn hier der eingang rennen da gerade mal rum aber ich hab ihn war da glaube ich auch ein scheiß hunter oder äh so ich bin wieder fit und weiß wieder nicht wo ihr seid äh wir sind einfach nur die straße entlang gegangen ja ich meine auch hier war ein freunde mit ich bring freunde mit ich bring freunde mit man da will man mal hier karten kaffee trinken weg da toll der rennt einfach weg weißt du den hängt gerade voll im angriffsmodus und der rennt weg ich habe hier noch sonderpatron braucht jemand hier ist auch ja ich benutze die ja aber man schreibt immer die sonderpatron den geschehen hallo nehmen die danke ok ist das granateschema schon bekannt ok wo waren die der eingang wir müssen erstmal rein ja da wo jetzt nach rechts glaube ich ist immer gut jetzt nach rechts und dann mit glaube ich weiter zu machen das schafft von nee nee hier da wir müssen glaube ich den weg da ein bisschen weiter hoch also bist du sicher ähm nein ja glaube ich gesagt das bedeutet nein ja da 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 ein kacktelefon ah hier ist das loch dann danke bitte hier ging doch irgendwo vorsicht ja hier hier geht's runter ja super denk dran nicht in den gang runter gehen am besten wir müssen müssen leise schleichen warum weil wir doch äh auf der zweiten etage gab es noch diese ganz vielen gegner nein ah ja genau wir müssen ja hier einfach nur durchlaufen das ist auch sehr gut hier gab es keine gegner doch vorhin schon da war ja vorhin das war ja nicht im loch na das stimmt so was erwartet uns jetzt hier wohl ein endkampf aus von epischem ausmaß und ratten ja müssen wir nicht hier lang äh nee hier lang ok hier waren wir zumindest zuletzt ja so ja es geht auch weiter runter gut nochmal ganz kurz hier ähm ist jeder von euch speichern ja speichern ist eine gute idee speichern auch mal jetzt den cliffhanger machen so aller aller äh ok also du 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 naja also wir haben eine Minute wir können ja die antenne ne 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 nö 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 nö